Scheiße man, was? Okay, yo, alter, Bruder, das ist ja voll, voll komisch. Ui, kann man das irgendwie überspringen, oder? Yo. Äh, ich kann kein Englisch, kann immer noch kein Englisch. Okay, 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 ja. Ah, chill, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Wir müssen, ah, okay, wir müssen hier so die Sachen hier markieren. Ey, ich kann immer noch kein Englisch. Oh. Kann man irgendwie anvisieren? Ich gehe einfach mal weiter, weil... Ah, hier ist noch ein. Also ich weiß nicht, dieses Spiel gefällt mir irgendwie, weil man muss nicht so viel nachdenken. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das jetzt so... Ja, sieht jetzt irgendwie nicht so schön aus. Ich weiß nicht. Oh. Ja, okay, ich habe mich jetzt schon ein bisschen erschreckt, kurz. Ui, das Spiel ist ja voll gruselig. Ich weiß, ich habe das auch... Kann man das irgendwie nochmal lesen? Kann man irgendwie die Taschenlampe anmachen? Ich glaube nicht. Weil es funktioniert das Ganze irgendwie nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch jetzt. Also ich weiß auch nicht so genau, warum... Hä? Ich glaube, das Spiel funktioniert nicht. AAAAAAAH!